Ich muss auf Eddys SMS antworten. Was schreibe ich hier? Sei cool. Was? Schick dir ein Emoji. Okay, sei cool. Willkommen in der Geheimwelt deines Handys. Wo Emojis wie ich arbeiten und leben. Hier hat jeder von uns eine Aufgabe. Und die muss er perfekt drauf haben. Immer. Hey, Alex schreibt. Grünes Licht für mehr. Wer? Ich? Was macht er? Er macht das falsche Gesicht. Was ist das? Ich muss mein Handy reparieren lassen. So was ist noch nie passiert und jetzt hat Alex einen Termin, um sein Handy zu löschen. Wenn Alex sein Handy löscht, wird unsere ganze Welt vernichtet. Ich werde nicht davonlaufen. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bringe das wieder in Ordnung. Ich denke, wir kriegen das hin. Aber dafür müssen wir an einen Ort, wo noch nie ein Emoji war. Die Cloud? Ich kenne eine Abkürzung durch ein paar Apps. Aber es hat noch nie einer unsere Stadt verlassen. Die jagen die Bots auf uns. Wo sind wir hier? Am tollsten Ort überhaupt. Candy Crush. Ich esse nie wieder etwas Süßes. Nie im Leben. High Five. High Five. Tu's nicht. Tu's nicht. Das war schon einmal da drin. Wir müssen die Bots ablenken. Ich habe eine Idee. Und zack. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bis das Handy gelöscht wird. Wir müssen das Masterpasswort erraten. Zugriff verweigert. Das könnte dauern. Warte, was? Zugriff verweigert. Jetzt wird getanzt. Wir müssen uns jetzt hier raus tanzen. Tanzen kann doch jeder. Seht ihr? Ehm... 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 Ehm...